Das sieht echt übel aus, die Geschichte. Guten Morgen! Moin, einmal kurz Ruhe bitte, Ruhe! Tempelritter, Lansford, die Schlangen. Ich bin drei Minuten hier, wollt ihr mich verabschieden? Rom und Rom. Also nicht alle miteinander vereint vor Kirot Castle, hier bei uns, in der Nähe vom Dorf. Nun, da ist eine ganze verfickte Armee. Brunnentruppler, sie bleiben hier und stehen wache und der andere Brunnentruppler auch. Sie bleiben in der Burg, wenn es zu einem Kampf wird, werden wir eh den Kampf hierhin verschieben. Sie halten die Burg. Burg halten Sie, Sie haben wirklich mitgebracht, können wir da noch mal. Oh, neues Outfit, Sir Ranzerlott, ich grüße Sie. Ja, neu. Was ist denn mein Armantel? Ich bin so oft gestorben, ich wusste nicht, ich habe mich einfach zusammengeklickt. Also wirklich, das ist ein Augenschmaus. Information, bitte Männer, bitte Information, wir sind zwar Barbaren, aber dem König hinterher. Bitte, Leute, bitte. Danke. Wo ist denn Weg? Ich fange Fledermäuse. Sehr schön, sehr schön. Möchte nachher auch eine essen. Oh, oh. Oh, oh. Ähm, ja. Muss man sich jetzt Sorgen machen? Ähm, Krieg! Ja! Wow, 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 wow! Wow, wow! Wow, wow! Wow! Herrmann! Diese! Gut, die Sache ist, ficken wir jetzt da rein, irgendwas, was da gerade abgeht? Oder war das so, dass wir das als Kriegserklärung annehmen? Das ist definitiv, also, das ist eine Kriegserklärung, ja. Besitzen wir die Ehre, eine Einladung anzunehmen und da aufzutaufen? Aber natürlich, wir können ja nicht unhöflich sein und ablehnen. Gut, wir gehen zum Dorf und sammeln das her, ich habe einen Plan. Mir hinterher. Caesar, in the Side-Chat! Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Barbara! 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 Erwartet mein Eintreffen am dritten Tage? Erwartet mein Eintreffen am dritten Tage? Weiter. Oh, ich schlazen, morgen. Hey, morgen auf... Irgendwas mit morgens. Bei Sonnenaufgang schaut nach Norden. Süden, Osten, Westen, Möbeldorf. Süden, Osten, Westen, schneid dich an, komm! Los, zurück, los, zurück! Ah, Barbara! Piep, piep, piep. Gut, haben wir alle Männer bereit? Ja! Wohl, noch ein Tennis. Gut, wir werden Folgendes machen. Hört mir zu, hört zu, hört zu, ruhig, ruhig. Ihr werdet alle mir hinterher reiten. Sobald ich schreie, Angriff, folgen mir alle Männer, bis auf die Bogenschützen. Wie ich Angriff schreie und wir den Gegner sehen, werden die Bogenschützen anfangen zu dismounten und... ...feile ich mir sie halten lassen. Verstanden? Verstanden. Gut, Gentlemen, sind sie bereit? Ja! Ja! Sie dürfen mir folgen! Wir machen einen kleinen Unschützchen hinten bleiben! Ey, einfach zehn Minuten auf dem Server, instant wieder eine Schlacht, Alter. Gibt's doch nicht, ey. Das wird gleich, das wird gleich ein Riesenchaos einfach. Wirklich, einfach ein Riesenchaos. Zählen wir die Bogenschützen durch. Eins! Zwei! Drei! Vier! Vier! Fünf! 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 Eins! Zwei! Drei! Ungefähr sechs oder sieben Bogenschützen. Das ist gut, das ist gut. Incoming! Incoming! Okay, doch nicht, ob alles das bewegt, die hinter uns sind jetzt so. Es gibt nicht viel Kammeln! Oh mein Gott! Ach so scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Kuss! Hör zu, ihr Hurenbecker! Es gibt nicht viel, was ich euch zu sagen habe, außer ich hasse jeden Einzelnen von euch! Ich hasse eure Stimmen, eure Gliedmassen und die Mütter, die euch geboren haben! Jetzt werdet ihr mir Folge leisten und in den Krieg ziehen! Ich werde diese Schweinehunde niedermetzeln für Barbara! Barbara! Halt sie! Barbara! Bogenschützen! Haha! Es kommen Bogenschützen zusammenbleiben! Denkt dran! Auf die Pferde! Auf die Pferde von dem Ix! Der liegt! Der liegt! Auf ihn! Feuer! Weiter! Weiter! Holt sie euch! Hier! Ja! Ich hab einen! Doktor! Auf die Blauen! Auf die Blauen! Auf die Blauen! Auf die Blauen! Ja! Ich hab sein Pferd! Sehr gut! Ja! Hier steht der Baum! Hier steht der Baum! Ja! Ja! Linke Seite! Linke Seite! Da stehen welche! Auf der Taten вижу! Tuck! Bogenschützen! Im Wasser sind die Templer! Zum Wasser! In die Ruine, Männer! heilung 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 ja weiter ja ja ah danke ich spiel doch gar nichts haltet die treppe Hilfe. Ah, fuck. Das war gut, wie die gestürmt haben auf die Treppe, Alter. Das war gut. Oh, ja. Ja, die Bogenschützen. Immer zu wenig Schutz, verdammte Scheiße. Immer. Ich bin durch den scheiß Ritz gefallen. Ich auch. War geil, aber Turm ist Sack. Ja, Turm war eine Scheißidee. Das war aber voll gut von denen, wie die einfach die Treppe überrannt sind. Real Talk. Hammergeil. Die Schlacht, wie hat sie ihn gemundet? Das war ein Fest. Ein Fest. Ja, das war gut. Das war wirklich gut, das war wirklich gut, das ist ein Team, oder? Alter! Rüeche! Aus dem Weg, wenn die Barbaren kommen! Glaub the puck! Das ist so geil! Ha, Korn! Korn! Das ist so eine Zeit. Wir ziehen sie den Krieg. Och Mensch, ja, ist ja immer was Neues. Mein Bizeps ist schon geschrumpft. Das ist heute, nur das ist Wissen, unsere letzte aktive Kriegshandlung. Dann werden wir uns nur verteidigen oder rauben. Ne, weil rauben ist kein Krieg, richtig? Richtig. Wenn wir rauben, ist das für die anderen eine Kriegserklärung. Dann verteidigen wir uns auf diesen Krieg. Ha, ha, König, Sie sind schlau! Richtig! Richtig! Größer als vier! Größer als vier! Größer als vier! Ist besser als kleiner als drei. Morgen, Jungs! Ah! Ah! Einfach wie die Zombies, Mann! Bleibt die Musik! Die ekligen Fui! Ja, Fui! Ah! Ne, ne, ne! Ne, 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 ne! Los, rennt über die Brücke, Formation am Ende der Brücke, los! Schneller, schneller! Bewegung, Männer! Im Laufschritt! Vorrücken, vorrücken! Guckt, dass dem Schutz des Gebäudes vor euch geht, das eckige Gebäude beim Weizenfeld. Los, Esel, los! Incoming! Geschoss! Geschoss! Treffer! In Deckung, ihr werdet getroffen! Wie lange denn noch, König? Nur noch zehn Schuss! Zehn Schuss! Ja, bau die verdammte Treppe ab! Ah! Scheiß Treppe! Kommt ja gleich so was angeflogen, nur zu uns! Auflösen, auflösen! Auflösen! Ach du! Was ne dumme Aktion, ich liebe es! Incoming! Ja, Angriff, endlich! Bleib ans Ende, ich hab vor! Toll, kriegt direkt einen rein. Von hinten, von hinten! Rein, 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 rein! Geht doch mal nach vorne vom Loch weg! Infanterie durch das Tor rein! Infanterie durch das Tor! Cavalier, Bogenschützen bleiben hier! Nur die Infanterie geht rein! Schützen durch das Tor! Hier sind die Bogenschützen! Rein! Rein die Bogenschützen! Cavalier bleibt draußen! Ich bin noch einmal ganz kurz, ich muss rein! Los, los, los! Ich muss schnell healen! Ja, 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 ja! Ja, danke! Um rechts, um rechts! Um links, um links, um links, um links! Ja, sehr gut! Um links, um zurück, um zurück, um zurück! Rein mit euch, rein mit euch! Medikus, alle rein! Und da gehst du noch! Weiter! Exzent, genau! Juhu! Los, weiter, 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 weiter! Ich hätte dem oben 99 verpasst, Alter! Dabei war es einfach, das Pferd war gestorben! Aber da stand halt Headshot! Ich habe dem Pferd, glaube ich, ein Headdy gesehen! Lasst euch heilen, bevor wir hier rausgehen! Den haben wir es gezeigt, aus mit ihren Söldnerspeinen! Gut gemacht! Sieg! Sieg! Yeah! Wie wartet ihr kurz, bevor wir, bis wir weg sind? Sehen aus wie Igel! Kannst du doch, du Adler hoch, Stachelschweine! Aggressive Stachelschweine! Herr, wir haben nicht so gegen das Schokernat gewonnen, sondern auch gegen diesen Hinterhalt der Söldner! Ja! 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 Ein Hocher von seinen Medikus! Braucht den Medikus! Steemol! Der Medikus! Einer von denen ist über die Brücke gefallen und er saufen! Ha, ha, ha! Vielen Dank.